Herzlich Willkommen zu Promi Real Talk. Ja, Semino Rossi muss es den Fans jetzt einfach mitteilen. Doch bevor wir starten, würde ich mich über einen Daumen nach oben und dein Abo natürlich sehr freuen. Semino Rossi hat mir etwas mitgeteilt und er sagt, er muss es unbedingt den Fans auch mitteilen. Seine Sehkraft wird immer schlechter. Er war vergangene Woche beim Augenarzt und dieser hat ihm leider mitgeteilt, dass seine Sehkraft immer schwächer wird. Er braucht immer öfter eine Brille und er sagt, er weiß nicht mehr, wie lange er noch auftreten kann, bis er wirklich eine starke Brille braucht. Das hat ihm der Arzt erzählt. Er weiß leider nicht, wie lange er noch sehen wird, zumindest sehr gut sehen wird. Es wird einfach immer schlechter. Das muss er den Fans einfach mitteilen. Auch wenn er auf der Bühne steht, sieht er nur mehr die ersten zwei, drei Reihen, hat er gesagt. Danach ist alles verschwommen. So Semino Rossi. So there you guys will, sonst wo sie verlich sind. Untertitelung des ZDF, 2020